Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Video von unserem Kanal die BAUINGS. Heute das Einführungsvideo zu dem Thema PVV, also zum Prinzip der virtuellen Verrückung und wir rechnen natürlich oder schauen uns das Thema natürlich an einem einfachen Beispiel an. So, jetzt haben wir hier ein System mit zwei Stäben, links eine Einspannung und rechts ein Loslager, die sind mit einem Gelenk verbunden und die Längen sind unten gegeben, alles drei sind die Längen L, das heißt es ist gleichmäßig aufgeteilt. Wie gehen wir vor bei dem Thema PVV bzw. wozu nutzen wir überhaupt PVV? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir uns jetzt hier noch anschauen, das System ist belastet, das heißt wir haben einmal an dem Gelenk links eine Kraft F, die nach oben wirkt und am Ende rechts haben wir zwei F, die nach unten wirken und wenn wir jetzt zum Beispiel die Auflager global berechnen wollen würden von dem System, dann hätten wir vier Auflagerkräfte bzw. vier Auflagerwerte, die unbekannt sind, drei Kräfte und ein Moment. Also wir hätten einmal, wenn das jetzt links von uns das Auflager A wäre, also diese Einspannung und rechts das Auflager B, dann wüssten wir, wir haben ein unbekanntes Moment MA, wir haben eine unbekannte Kraft in X-Richtung AX, wir haben eine unbekannte Kraft in Y-Richtung AY und an vierter Stelle haben wir eine unbekannte Kraft in Y-Richtung BY. So, mit aber drei Gleichungen, die wir haben und zwar Summe der Kräfte in X-Richtung, Summe der Kräfte in Y-Richtung und Summe der Momente um einen bestimmten Punkt, können wir natürlich auch, kennen wir aus Mathe, drei Gleichungen für drei unbekannte, nur drei unbekannte berechnen. Wir würden jetzt andere Wege nutzen, um auf alle Auflager zu kommen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Wege, man kann ein System aufteilen und so weiter und so fort. Hier benutzen wir jetzt PVV und mit dem PVV kann man erst eine der Auflagerkräfte, die wir suchen, berechnen und dann natürlich daraus folgend alle anderen Auflagerkräfte daraus schließen. In der Aufgabe, nehmen wir jetzt einfach zum Beispiel, suchen wir unser Moment MA und beim PVV geht man so vor, wir schauen uns das System an und im gesamten System lösen wir die Kraft oder das Moment, das wir suchen, aus dem System raus. Das heißt, was ist mit rauslösen gemeint? Unsere Einspannung, bei der das Moment unbekannt ist, bei der lösen wir das Moment raus und dadurch bleibt übrig, sozusagen nur ein Festlager. Wäre es jetzt vorher ein Festlager gewesen und wir hätten gesagt, wir lösen die Kraft in y-Richtung heraus beispielsweise, dann würde nur ein Loslager bleiben, das nur eine Kraft in x-Richtung besitzt. Ich hoffe, das ist verständlich, aber wie gesagt, das ist ja immer noch nur die Einführung. Wir rechnen an dem Beispiel einmal und in den anderen Aufgaben schaut ihr euch dann den Rest an. Gut, unser System sieht also so aus. Wir haben jetzt links ein Festlager, ein Stab, ein Gelenk, ein weiteres Stab und ein Loslager und unser Moment wirkt natürlich immer noch links als Moment gegen den Uhrzeigersinn. So, wie gehen wir bei der Rechnung vor bzw. wie gehen wir beim PVV vor? Jetzt, wenn wir uns das mal vorstellen, haben wir zwei Stäbe, die in einem kinematischen System, das heißt, das System kann sich an sich bewegen. Unser Loslager rechts hält unser System nicht davon ab, dass die Stäbe sich sozusagen, ja, dass die Stäbe nach unten oder nach oben ausschlagen bzw. nach unten oder nach oben kippen. Die Einspannung, die wir vorher hatten, hat das Moment im A ja nicht erlaubt, es war ja fest und damit war das System nicht kinematisch. Jetzt in dem Fall müssen wir erst einmal einen Polplan machen, um zu wissen, in welche Richtungen oder auf welche Art und Weise unser System sich bewegen kann und kinematisch werden kann. Polplan bedeutet, wir teilen zuerst einmal das System in alle, ja, Teilsysteme auf, die es hat, das heißt, in alle Stäbe. Wir haben also einmal links unser Teilsystem 1 und rechts unser Teilsystem 2 und die werden verbunden mit diesem Gelenk in der Mitte. So, jetzt kennen wir die einzelnen Teile und jetzt, wenn wir wissen, wie viele Teile es gibt, wissen wir auch, wie viele Hauptpole es geben muss. Es gibt Haupt- und es gibt Nebenpole. Hauptpole sind die Orte bzw. genauen Punkte, also Pole, um die sich ein System dreht. Das bedeutet, wenn wir ein Hauptpol für das Teilsystem 1 haben, wissen wir, dass der Stab des Teilsystem 1 sich genau um diesen Punkt dreht. Noch einfacher, um genau schlussfolgern zu können, was jetzt hier überhaupt ein Haupt- oder Nebenpol ist, ein Festlager, das an dem Stab dran ist, eines Systems, ist sofort immer ein Hauptpol. Das heißt, hier haben wir ja schon ein Festlager ganz links für unseren Stab 1, also muss das genau unser Hauptpol 1 sein. Brauchen wir nicht viel nachdenken und können das sofort aufschreiben. Für unser System 2 haben wir jetzt aber kein Festlager. Das heißt, wir haben keine direkte Schlussfolgerung darauf, was jetzt der Hauptpol ist. Da gibt es aber einige andere Informationen. Genau senkrecht auf dem Loslager liegend, also durch das Loslager, sage ich mal, ist der geometrische Ort, auf dieser Linie liegt irgendwo der geometrische Ort des Hauptpols 2. Das sieht so aus. Das heißt, wir wissen, irgendwo auf dieser Linie muss der Hauptpol 2 liegen. Woher wissen wir das? Das ist so bei einem Loslager. Ein Loslager gibt uns diese Information. Wir haben ja vorher gesehen, ein Festlager gibt uns die Information, dass dort ein Hauptpol sein muss. Ein Loslager gibt uns die Information, dass das jeweilige System, bei dem das Loslager ist, auf der Linie des Loslagers ist der geometrische Ort des Hauptpols 2. Jetzt wissen wir ja noch was. Wir haben ein Gelenk zwischen den beiden Teilsystemen, zwischen System 1 und 2. Und die Gelenke, die diese zwei Systeme verbinden, das sind immer Nebenpole. Könnt ihr euch merken. Das könnt ihr also immer, wenn ihr jetzt ein System mit 10 Stäben hättet und überall die Gelenke zwischen sind, dann sind die einzelnen Gelenke immer die Nebenpole zwischen den Teilsystemen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine einzige Information. Und dann können wir diesen Polplan beenden, indem wir dann noch einen zweiten Hauptpol kriegen. Und zwar, merkt euch das, die Verbindung zwischen dem ersten Hauptpol und dem Nebenpol 1, 2 ist ebenfalls der geometrische Ort, auf dieser Linie liegt ebenfalls der geometrische Ort des Hauptpols 2. Das heißt, wenn wir jetzt eine Linie ziehen durch den Hauptpol 1 und den Nebenpol 1, 2, liegt auf der Linie auch der geometrische Ort des Hauptpols 2. Sieht also ungefähr so aus. Und ja, jetzt haben wir zwei Linien, die schneiden sich. Bei denen liegt angeblicher, so wie wir es herausgefunden haben, auf beiden Linien irgendwo der Hauptpol 2. Wo liegt er also? Genau an der Stelle, wo sich die beiden Linien schneiden. Wir wissen also jetzt ganz genau, dass bei dem Loslager auf der rechten Seite der Hauptpol 2 ist. Jetzt haben wir Hauptpol 1, Nebenpol 1, 2 und Hauptpol 2 und können damit, jetzt haben wir einen fertigen Polplan und können damit unser System auslenken und dann mit der Rechnung beginnen. Wenn wir es auslenken, jetzt in dem Fall lenken wir das einfach genau in die Richtung des Moments mh aus, also auf der linken Seite gegen den Uhrzeigersinn, heben damit sozusagen den ersten Stab nach oben und der rechte Stab bewegt sich dann natürlich genauso mit nach oben. Wie ihr seht, der Hauptpol 1 und Hauptpol 2 sind Hauptpole, die bewegen sich nicht. An den Stellen bleibt das System genau dort, wo es auch vorher schon war und die einzelnen Teilsysteme bewegen sich um die Stäbe herum, um die Hauptpole herum, sorry. Genau, um wie viel bewegen die sich? Um einen bestimmten Winkel, das wissen wir, also es muss ja irgendein Winkel sein, der auf, also wir haben einmal einen Winkel, um den wir den ersten Stab gedreht haben und einen Winkel, um den wir den zweiten Stab gedreht haben und die nennen wir jetzt einfach hier Delta 4 1 auf der linken Seite und Delta 4 2 auf der rechten Seite. Gut, das Besondere hier ist jetzt, wir haben ja alle Längen sind L und ja, wenn wir bei genau derselben Länge eines Stabes einen Winkel bei einem solchen System auslenken, handelt es sich ja bei allen um denselben Winkel. Das ist rechts derselbe Winkel, das ist nur, weil es Stufenwinkel sind und links, wenn man es nicht direkt sieht, könnte man sich da auch einfach überlegen, das sind Dreiecke, das sind im Endeffekt genau dieselben Dreiecke, also links, weil die beiden die Grundseite L haben. Also gilt, Delta 4 1 ist gleich Delta 4 2 und die Auslenkung, für die finden wir auch einen Namen, auf der linken Seite nennen wir das Delta U 1 und auf der rechten Seite Delta U 2 und ja, wer hätte es gedacht, in dem Fall, weil es ein einfaches System ist und weil es sich um genau denselben Winkel handelt, also um Delta 4 1 und Delta 4 2 sind gleich, ist Delta U 1 auch gleich Delta U 2 und das ist Delta 4 1 oder 2 mal die Länge L. So, und jetzt müssen wir bei der Berechnung einfach nur noch unsere Belastungen, die wir im System haben und die gesuchte Auflagerkraft oder das Auflagermoment mal die Auslenkung, die wir haben, berechnen. Positiv in dem Moment, wenn es in dieselbe Richtung der Auslenkung geht und negativ, wenn es entgegengesetzt ist. Fangen wir also an. Es gilt, ja, die Summe der Arbeit ist gleich 0 und unser erstes, das erste, was wir haben, ist unser Moment M A. Es bewegt sich in genau dieselbe Richtung wie die Auslenkung, weil wir haben am Anfang gesagt, wir drehen das System in Richtung des Moments mal den Winkel. Das ist ein Moment, also da muss keine Länge noch dazu sein, einfach nur mal den Winkel Delta 4 1. dann plus unsere Kraft F mal die Auslenkung Delta U1. Warum plus? Es zeigt genau in die Richtung, in die das System sich ausgelenkt hat. Wenn F jetzt andersrum wäre, dann müssten wir da Minus ansetzen und dann noch mal plus 2F mal Delta U2. Ja, wieder in dieselbe Richtung, wieder positiv. Nur die Kraft 2F jetzt. So, dann setzen wir hier einfach nur mal ein. Überall unser Delta U1 und Delta U2 ist ja eigentlich dasselbe. Jetzt haben wir hier aber überall noch Delta 4 1 und Delta 4 2. Weil wir wissen, dass es genau derselbe Winkel ist und jeder einzelne Term in dieser Gleichung einmal mit dem Winkel Delta 4 1 und Delta 4 2 multipliziert wurde, können wir das auch einfach, ich sag mal, rauskürzen. Weil es ist ja ein Wert, der überall vorkommt. Und ja, es ist jetzt so, als wäre das einfach nur mal 1. Und wir möchten ja eigentlich nur herausfinden, was für einen Wert unser Moment MA hat. Jetzt können wir hier ein bisschen weiter rechnen. MA plus 3F mal L. Das ziehen wir auf die andere Seite und kriegen für unseren Moment MA minus 3FL raus. Ja, so funktioniert PVV in einem ganz einfachen Beispiel. Ich wollte euch eigentlich nur einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man einen Polplan macht oder wie man, so, was sind die ersten Sachen, die man wissen muss, um zu identifizieren, was ein Hauptpol, was ein Nebenpol ist und wie arbeitet man mit diesen Winkeln und Auslenkungen. Genau, genaueres und schwereres kommt dann natürlich in folgenden Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.